Genau, und jetzt, zack, jetzt habe ich schön die Steine vor mir und kann die alle anbauen und da habe ich auch schon 26 Stück zusammen und da ich ja schnell eine neue Hose haben möchte, kann ich auch schnell wieder zurück und dann habe ich auch noch was Stabileres. Cool wäre natürlich auch so ein Advanced Nano Chest Plate, aber das ist ziemlich teuer. Obwohl in Verbindung mit so einem geilen Solar Helmet kann man das ganze auch aufladen und dann bringt, haben wir auch die volle Rüstung, was sehr schön ist. Ach übrigens, es wird mir auch an der Seite im Inventar angezeigt wie viel Energie ich noch habe. Merke ich gerade eben erst. Ist natürlich super. So, ab nach oben. Ich muss ja auch den Energy Crystal noch machen. Okay, aber einiges an die EU wird da schon drauf. Muss man echt sagen. Da, die kommen raus. Da kommen die rein und jetzt beeilt euch schon mal ein bisschen. Ich möchte rechtzeitig fertig sein. Zumindest heute noch rechtzeitig. So, in der Zwischenzeit. Wir brauchen für das Nano Zeug, Nano Zeug, Nano Zeug. Ähm, genau. Vier Diamanten. Runter und eins, zwei, drei, vier. Das ist auch schon wieder was teurer geworden. Das muss ich sagen. Es wird alles teurer. Die Inflation ist selbst in Minecraft zu spüren, liebe Leute. Also, man muss was dagegen tun. Aber irgendwie ist es auch das, was das, was das Ganze so spaßig macht. Ähm, können wir in der Zwischenzeit noch was machen? Ja, nein. Nanosuit. Äh, Nanosaver. Advanced Alloy. Brauche ich dafür. Ähm, warte mal. Ich bräuchte einen... Genau. Ich wollte nämlich für meine nächste Rüstung. Schon mal den, äh, Pau... Nein, 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 nein. Nicht PwO. Sondern den, äh, Power... Genau den da bauen. Oh. Haben wir Emeralds? Ehm, Emeralds. Scheiße. Ehm, Emeralds. Scheiße. Wir haben nur dieses Teil. Wir haben kein Emeralds. Können wir Emeralds irgendwo hier herstellen? Aus Emerald-Essenzen. Aus Emerald-Shards. Gut. Ja, super. Smelting. Scrapbox gibt 0,1% of Emeralds. Redstone-Furance. Ah. Pulverizer. Aloe Smelting. Lactator. Liquid Chasing. Nein. Wir haben keine Emeralds. Das gibt es doch jetzt nicht. Scheiße. Und... So kann man auch Emeralds herbekommen. Emeralds sind ja in hohen Gebieten, soweit ich noch weiß, in hohen Gebieten vertreten. Puh. Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Ich würde sagen... Nächste Sache. Emerald-Tour. Wird bestimmt spaßig. Komm, da haben wir noch was. Gib mir das Zeug. Ich bräuchte eigentlich wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ah. So. Und... Das ist fertig. So. Die steigt trotzdem. Das finde ich sehr schön. Obwohl das hier verbraucht. So. Hm. Wo kriegen wir jetzt am besten Emeralds her? Ich könnte ja hier einfach mal... Wir haben gerade die Diamanten dabei. Gar nicht. Gut. Ich warte erstmal bis... Oh. Sind schon fertig. Ich habe sogar 2 zu viel gemacht. Gut. Dann kann ich schon mal die Diamanten tun. Und... Achso. Die brauche ich gar nicht. Und wir brauchen 5... Redstone. Hm. Kratz. Kratz. Das sieht auf der Kamera so schön aus. Einfach nur. Aha. Leckernasen. Kratzen. Ähm. Ähm. Nein. Das ist etwas bescheuert. Ja. Und... Uh. Wo kriegen wir Emeralds her? Was könnte ich denn noch machen? Wir hätten... Ein Shelf. Ein Hartkanister. Kann ich nicht machen. Solar Helmet. Solar Helmet wäre mal nicht schlecht. Allerdings erst nachdem ich das hier gebastelt habe. Ach. Die müssen ja nochmal in den Kompressor... Oh. Es geht deutlich schneller. Schön. Aber die haben ähm... Oh mein Gott. Es ist ziemlich teuer. Also ich kann ja auch schon mal aufladen. Ich glaube das geht so schneller. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Und durch den Regen... Boah. Hier wackelt alles. Ich möchte mich fast nicht bewegen. Es ist so unstabil was da oben auf meinem Monitor gebraucht habe. Ja. Und hier durch den Regen habe ich jetzt... Keine... Super. Ich weiß nicht mehr was ich sagen soll. Es geht gar nicht. Ist das jetzt eigentlich richtig? Geil. Ein. Ach. Ich muss einfach nur nach oben. Gut. So. Dann habe ich auch schon mal eine Nanohose. Super. Oh. Regen. Hör bitte auf. Ähm. Ja. Was kommt da hin? So. Ähm. Ja. Ich würde sagen. Ich kann dann mal mit... Etwas anfangen muss ich... Mit dem Shelf. Genau. Ich wollte mal ein Shelf bauen. Ich weiß nicht warum. Ich schreibe es auch wieder falsch. Welch? Org Shelf. Jungle... Potion... Shelf. Okay. Super. Welches Shelf wollte ich jetzt bauen? Nehme ich mal das. Glass. Glass bottle. Achso. Okay. Sieht ja ziemlich einfach aus. Mal nehme... Davon was. Davon was. Ich stecke die... Oh. So zusammen. Oh. Ja. Ich würde sagen... Tada. Was kann man damit jetzt machen? Nein. Oh. Haha. Wie geil. Gut. Dann ähm... Kommt mal die Rüstung. Die Lava Buckets. Habe ich oben auch noch welche. Lava Buckets. Die Rüstung. Da ist ein Lava Buckets. Das fehlt uns noch zum rausgehen. Eine Tree Trap. Die kommen alle mal... Fall. Ähm... Hier rein. Und werden dann schön übereinander gestapelt. Tja. Schön. Sieht doch mal... sehr ordentlich aus. Sehr ordentlich aus. Du Dich aus. Ja.